Alter, ey wie das aussieht wie so ein Meteorin. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ich ruf mal ein Baby. Ich bin total nervös. Ja. Ich bin total nervös. Ja. Ich möchte auch keine 450.000. Ich fange bei 170 kmh und wer kann es so hochziehen? Wieso start man am Ort? Ist das wahr? Ich fange ganz links an und ziehe einfach so lange hoch. Bei irgendeinem anderen Spiel würde ich sagen, warte bis sie von selbst hoch geht. Aber hier glaube ich nicht unbedingt, dass sie das macht. Juvie, bei wie viel kmh kann man starten? Circa bei 170 kmh. Ja, muss mal schauen. Man merkt, dass wenn die Geschwindigkeit schon steigert ist, dann hätten sie schon was von alleine. Ja, weißt du, wie es mir geht? Ich kann ja noch nicht mal irgendwas falsch oder richtig machen. Ich kann ja nur hoffen, dass du es richtig machst. Gut eingeschrieben. Ja, ich weiß. Oh, komm, die Kurve falsch drin. So, stehen bleiben. Warte, wir müssen noch ein Startbefehle. Oh, ey, fahr einfach, fahr einfach. Ihr wart tolle Freunde. Oh Gott, oh Gott. Jungs, das sah echt wackelig aus. Okay. Ich versteil, ich versteil. Ich versteil. Ja, du machst das, Björn, du machst das. Oh, oh. User in your channel timed out. User in your channel timed out. User left your channel. User joined your channel. Also wir haben 150 kmh. Ja, du schaffst das schon. Also meine Maus funktioniert noch, meine Tastatur ist jetzt gerade irgendwie, hat den Geist aufgegeben. Boah, hoffentlich überleben wir die Landung. Wenn du bei nicht links liest, ne? Ja, ja. Machst das, kommt schon. Wir liegen schräg, wir liegen schräg. Oh, oh. Das war schon zu schnell, zu scheiß und so. Alter, guck mal, wie das Flugzeug noch hochfliegt. Alter. Ey, wenn du das jetzt nochmal hochspringst, dein Land ist gleich bei dir. Das geht jetzt bis Lektzeit durch und zerstört einfach alles. Ja. Alter, ich würde den anderen ja gern sagen. Alter. Ey, wie das aussieht, wie so ein Meteorin. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ich rufe mal ein Medic. Achso, stimmt. Medic, ja. Ich rufe mal eine Schweine, ey. Sag mir bitte, dass du es aufgenommen hast. Ja. Soll ich es abspeichern oder soll ich noch warten? Speicher ab. Okay.